Irgendwie war die Verbindung zu Kühen schon immer speziell. Ich kann das gar nicht so richtig in Worten fassen, warum. Ich glaube, es ist einfach so diese extreme Ruhe, die diese doch massiven Tiere ausstrahlen. Also Kuhflüsterer, man kennt den Begriff ja eher aus der Pferdewelt, dass man sagt Pferdeflüsterer. Und das steht ja eigentlich eher so für Trainer, für Pferdetrainer. Und ich sehe mich nicht als Kuhtrainer oder jemand, den man holt, wenn man ein schwieriges Rind hat zum Beispiel, um das Verhalten zu korrigieren, sondern ich sehe mich viel mehr als Freund der Tiere. Also als jemand, der einfach Zeit mit ihnen verbringt und sich tatsächlich komplett in die Herde einfügt. Natürlich war das ein Leben geprägt von viel auch Ausgehen, Urlaub und Z-Leben irgendwo so ein bisschen. Also viel mit Freunden unterwegs, quasi eine städtische Auszeit. Und wirklich weg vom Land und weg von den Tieren und weg von der Natur eigentlich tatsächlich. Dann bin ich nach Südfrankreich ausgewandert und habe ein Jahr an der Côte d'Azur gewohnt, was für viele ja sicherlich sehr erstrebenswert ist. War es für mich auch und war auch eine tolle Zeit, aber es hat so ein bisschen ein Reset mit sich gebracht. Dieses Partyleben oder Ausgehen oder High Society oder was auch immer. Das ist jetzt nicht mehr das, was mich antreibt, sondern da war einfach so ein bisschen die Suche nach anderen Dingen. Und die habe ich auch tatsächlich gefüllt mit anderen Dingen, viel mit Meditation dann und Sport. Der Wechsel von der Stadt, vom turbulenten Leben aufs Land war natürlich massiv, aber auch die Zeit vorher war schon ruhiger. Also das war jetzt nicht so, also auch dieses Partyleben und so weiter, das war schon nicht mehr der Mittelpunkt des Lebens. In dem her war das Leben schon ruhiger, auch an der Côte d'Azur war es deutlich ruhiger insgesamt. Also das war schon was, glaube ich, was ich generell schon gesucht habe einfach auch. Ein bisschen so diese Ruhe in meinem Leben nach einfach turbulenten Zeiten. Wenn ich an meine Kinder zurückdenke, dann denke ich vor allem irgendwie an so einen kleinen, happy Jungen, der seine ganze Freizeit auf Bauernhöfen verbringt und da eigentlich die meiste Zeit mit Kühen unterwegs ist. Ich habe dann mit dem Bauern damals ausgemacht, dass ich einen Pflegekalb haben darf. Und dann das nächste Kalb, das dann geboren wurde, war dann sozusagen mein Kalb und das war Rexi. Irgendwie waren wir immer zusammen unterwegs. Also das war eine ganz besondere Zeit, die mich sehr, sehr geprägt hat. Bis heute natürlich. Meine beste Freundin über viele, viele Jahre. Natürlich hatte ich auch Freunde und so weiter, aber ich glaube, das, was ich ja meistens genossen habe oder wo ich am meisten in meiner Welt war, einfach war mit in der Welt der Tiere. Was immer irgendwie klar war, auch wenn es weit weg war, dass ich irgendwann wieder eine eigene Kuh haben werde. Das war so was, was immer geblieben ist, ohne dass ich wusste, wie, wo und wann. Aber das war so was, was ich immer ganz tief in mir drin hatte. Ich hatte gar nicht so einen richtigen Plan, sondern ich wusste eigentlich nur, ich möchte eine Kuh oder wusste dann schon, okay, ich möchte zwei Kühe, weil eine Kuh allein ist irgendwie doof. Ich brauche einen Hof irgendwo, wo ich die Tiere unterstellen kann. Ich hatte ja keinen eigenen Hof oder Land. Das war klar, das gehört natürlich dazu und das habe ich mir dann gesucht in meiner alten Heimat dann wieder in Deutschland. Das war der erste Schritt, weil ich bin nicht besonders geduldig. Also ich wusste, okay, ich brauche jetzt erstmal zwei Kühe und alles andere wird sich irgendwie dann fügen. Ich wollte zwei Kühe retten. Das war klar, die werden bei mir ihren Lebensplatz finden, die werden niemals geschlachtet werden. Das heißt, ich habe die wirklich so ganz offiziell gekauft und zwar bei eBay Kleinanzeigen. Das ist so eine Plattform, wo Landwirte und Landwirtinnen ihre Tiere anbieten. Ich habe dann vier Höfe insgesamt besucht, habe mir die Tiere angeschaut. Da waren Emma und Dagi dabei und das war dann klar, als ich gesehen habe, okay, das sind sie. Ich habe dann einen anderen Hof gefunden, die auch zwei Rinder gerettet hatten, wo ich dann schon im Internet gesehen habe, okay, die haben auch zwei Rinder, die nicht dafür gedacht sind, gegessen zu werden am Ende. Und der lag noch näher in der Gegend, wo ich auch herkomme selbst, im Bodenwald. Und dann habe ich mich da ganz offiziell beworben, um Anschluss quasi mit Emma und Dagi, meine ersten zwei Rindern. Und erst als ich auf dem Hof eingezogen bin, habe ich gemerkt, dass da nicht nur die zwei Rinder gerettet sind, sondern ganz viele Tiere gerettet sind. Also die Pferde vom Schlachter, der Hund aus dem Zirkus. Das war total so, wow, okay, ich bin aus Versehen auf dem Lebenshof gelandet, ohne dass der als solches irgendwie betitelt war. Der Lebenshof, das ist auch Gnadenhof genannt, das ist vielleicht ein gängiger Begriff, ist einfach ein Platz, wo Tiere in Frieden leben dürfen, die ansonsten nicht so viel Glück gehabt hätten. Der Lebenshof finanziert sich durch Spenden, ganz klar, unterschiedlichster Art. Also damit steht und fällt das Konzept, sage ich mal. Und ja, wir haben das Glück, dass wir so viele tolle Menschen haben, die uns unterstützen von Anfang an, also in Form von Patenschaften zum Beispiel oder monatlichen Spenden oder auch tatkräftige Unterstützung als Helferinnen und so weiter. Also da haben wir wirklich massiv Unterstützung. Aber nur so geht es auch. Also nur mit Spenden lässt sich das Finanzieren, das Ganze. Ich bin jetzt gerade auf einem dieser Höfe, wo wir uns als Lebenshof eingemietet haben. Hier leben unsere sieben Rinder. Alle Rinder leben hier, andere Tiere sind auch dann anderen Höfen verteilt. Die Idee, die hatte ich schon ganz lange, weil das für mich so das Bild von einer Community ist mit Menschen und Tieren, die einfach in Frieden zusammenleben können. Mein Alltag auf dem Hof ist ja sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es einfach Hofarbeiten, wie täglich misten, täglich füttern. Die ganze Arbeit, die mit dem Lebenshof zusammenhängt, ist für uns alle ehrenamtlich komplett. Dann gehe ich eben mit Einzelnen spazieren oder bürste sie oder hänge einfach nur zusammen mit denen rum und genieße einfach diese Ruhe. Ich finde, dass jede Kuh besonders ist tatsächlich. Also sie ist einfach sehr anders. Also meine ersten zwei Emma und Dagi sind natürlich deshalb besonders, weil es einfach die ersten waren, die einfach mein Leben so stark verändert haben. Das ist natürlich was, was immer bleiben wird. Die Luise, mein Nesthäkchen, also die jüngste, das ist auch eine, wo ich sehr, sehr enge Beziehungen einfach habe, die quasi am liebsten auf meinem Schoß sitzen würde den ganzen Tag ungefähr, also die einfach sehr, sehr bezogen ist auf mich. Es gibt halt nicht mehr viele andere Orbis, das ist klar. Aber es ist nicht so, dass ich darunter leide und sage, das kommt zu kurz. Man gibt natürlich seine Flexibilität auf, zum Beispiel. So Sachen natürlich, das ist klar. Das sind aber Dinge, die ich sehr, sehr gerne in Kauf nehme, einfach wie das, was ich ansonsten zurückkomme. Auch die digitale Welt hat ja in meinem Leben, also in einem Lebenshofleben oder mit den Kühen, spielt da ja auch eine sehr große Rolle. Also es ist ja jetzt nicht nur Natur und Stille, sondern findet ja auch viel in der Öffentlichkeit und auf den sozialen Medien und so weiter statt. Durch das öffentliche Auftreten und das den Menschen näher bringen, ich glaube, das bewegt einfach viel, viel mehr. Es passiert tatsächlich relativ oft, gerade auf den sozialen Medien, dass Menschen mir schreiben, dass sie zum Beispiel durch unsere Videos vegan geworden sind oder vegetarisch geworden sind. Also das ist auch was, was mich natürlich sehr berührt und sehr bestärkt auch, dass genau das der richtige Weg ist. Und ich glaube, gerade auf den sozialen Medien, ich habe das noch nie erlebt, wo einem so viel Dankbarkeit entgegengebracht wird. Und deshalb ist mein Bestreben ganz klar sehr bewusst, eher zu inspirieren, anstatt zu missionieren. Gerade sehr positive Geschichten zu erzählen, also die Tiere selbst den Menschen näher zu bringen. Ich merke auch echt im persönlichen Umfeld ganz arg, dass es einfach die Zeit mit den Tieren und wenn die Menschen, die Tiere persönlich kennenlernen und so weiter, dass das einen ganz anderen Einfluss hat. Man sagt immer, ja, was kann ich alleine schon ausrichten, aber das stelle ich immer wieder fest, dass ich sehr viel ausrichten kann, dass da total viel passiert und das ist natürlich total schön. Der größte Teil meines Lebens ist sehr zufrieden. Das ist was, was sich tatsächlich auch verändert hat. Und ich empfinde mein Leben schon als was Besonderes, als was besonders Schönes auch einfach.